Ich weiß nicht, wo Brad hat mich heute Abend zu essen. Da kenne ich nichts. Noch ein paar Datensammlungen für den kurzen Hunger zwischendurch. Da ist auch noch einer. Ich glaube, die ist da oben irgendwo. Kann ich mir vorstellen. Sehr schön. Da oben ist auch noch einer. Die habe ich gesehen. Ein bisschen Schwung, dass wir da hochkommen. Oh, da war doch keiner. Hab ich mich verguckt? Na ja. Gehen wir hier hin. Da ist auch noch eine. Och, hier ist ja schon wieder ganz viel. Da sind noch zwei. Nehmen wir auch noch mit. Hier gibt es noch eine Statue. Da oben. Sehr gut. Nein, Brücken. Ich habe eine Brückophobie. Eine Abneigung gegen Brücken. Halt nicht so weit. Achso, wir sind schon fertig. Ja, komm. Ich will ja den Anzug sehen. Ich weiß, dass du liebst, was ich für dich erschaffen habe. Das ist wirklich einiges von meiner besten Arbeit. Jetzt, wenn du das aufhören kannst, kann ich das Chaos, die von deinen Aktionen ermöglichen. Und vielleicht ein Upgrade für dich. Okay, dann. Die Hose ist nicht so originell, wie sie aussieht. Medvillor Outfit steht dazu. Medvillor genau. Was haben wir noch für Aufgaben? Erst noch ein paar Kild. Upgrades habe ich gesehen. Upgrades. Wir haben Upgrades. Schnell, komm, komm, komm. Upgrades. Schadens-Upgrade. Schaden-Handfeuer. Dargefährung der Schaden durch Kugeln und Laser. Feuer können wir auf jeden Fall mal machen. Das geht mir nämlich schon die ganze Zeit auf den Sack. Und dann können wir noch springen. Und... Naja, komm. Lass mal. Sind wir schon auf Stufe 3. Boni. EP-Bonus. Ah, dass wir die sofort machen müssen. 34.000, siehst du? Deshalb habe ich da gerade noch nichts bezahlt. So. Zurück. Schaden. Da gibt es doch noch irgendwas. Achso, Springwaffen. Ja, 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 ja. Kräfte. Ach ja. Ach ja. Buff. Upgrades. Aufladen. Buff-Energie lädt sich schnell wieder auf. Ganz wichtig. Bereich. Vergrößert den Bereich, in dem da ein Buff wirkt. Teamspieler. Begleiter. In der Nähe sind immun gegen Feuerwehren. Der Buff aktiv ist. Sehr wichtig. Hätte ich Begleiter. Begleiter. Schießnerwettel mit Eismunition. Begleiterunfall. Alles unwichtig. Bereich ist noch. Den nehme ich noch mit. Und da wir gerade zu viele... Datensammlungen haben, lade ich den jetzt noch ein zweites Mal auf. Und... Wow. Level 42 erst. Was gibt es für Elemente? Blitz und Eis gibt es noch. Okay. Gut. Gucken wir mal, was der Stampfen noch kann. Schaden. Öde Schaden beim Zielen. Bei Zielen, die in der Luft geschickt wurden. Schaden verteilt. Was Schaden... Schaden... Schaden. Hm. 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 Neue Aufträge. Neue Aufträge. Das. Prestige. Blastelement. Gedankenkontrolle. Na gut. Aber nur, weil es das eine ist. Ach, ich muss mir den... Matt Miller Anzug erst... zusammenstellen. Weil... Eben war es nur die Hose und jetzt gibt es... Neue. Ach, irgendwas anderes. Lade den Virus hoch. Na gut. Wollen wir das mal machen. Hinein in die Simulation. Da müssen wir raus. Da müssen wir hin. Da können wir da direkt raus. Hey, es ist schön. Schön. Und da sind wir wieder zurück. Weg. Ich habe ein kleines Code gelegt, um die Simulation zu verladen. Ich habe keine Sicherheit gelegt, während ich es installiert habe. Gut. Na. Natürlich. Auf der Markise gelandet. Zwei Wellen. Zwölf Leute. Okay. Das ist jetzt nicht allzu viel. Die Blitzdinger hier gegen normale Leute gehen echt gut ab. Oh. Das war ein Passant. Oh, das ist ja egal. Alles nur Simulation. Na. Versteck dich nicht. Gegen Metall. Gegen Autos natürlich nicht wirksam. Aber... So. Ach, das verschwindet direkt automatisch. Von alleine. Na gut. Und nochmal zwölf Killen. Wow. Du stehst ja wieder auf. Verrückter. Hört mal liegen. Du auch. Und ihr versteckt euch mal nicht. Move, bitch. Hm. Das hier ist meine Stadt. Bin wieder ein bisschen langweilig. Leben nehmen wir mit. Du bleibst hier. Sprichst nicht wieder hoch. Nee. Nach. Steh mir doch nicht im Weg. Ich mach keine Motorräder. Gut. Gut. Geschafft. Easy. Oh. Halt. Da oben ist was nochmal rausblasten. Da. Trifft jemand mit auf dem Schiff. Aber bevor wir das machen. Gucken wir uns jetzt mal den Anzug an. Der müsste ja hier irgendwo rum liegen. Oberkörper gibt es. Dicke Kingjacke. Naja. Hm. Muss man jetzt nicht unbedingt haben. Schuhe. Schuhe. Unterkörper. Was gibt es da? Die Kinghose. Halt. Die will ich natürlich nicht tragen. Relativ langweilig. Schuhe. Am langweiligsten. Da bleiben wir doch hier gegen unser schönes Outfit. Zurück. Und hinauf. Schuhe. 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 Ja. Zwinker. 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 Er schafft einen riesigen Datenstrudel. Um. Errungenschaft. Dich herum. Dich herum. Der Gegner. Verrückspielen. Und für dich kämpfen lässt. Das klingt doch gut. Was haben wir denn noch für Aufgaben hier oben. Hab grad gesehen. Oh. Ich muss mal noch die ganzen alten Meck machen. Rimjob hacken. Friendly Feuer hacken. Ah. Wollen wir noch zwei hacken. Na komm. Dann hacken wir nochmal die zwei. Ja. Komm. Machen wir. Machen wir. Machen wir. Machen wir. So. Und wenn sobald ich unten bin darf ich nicht vergessen das Geld abzuheben. Weil ich es sonst immer wieder vergesse und das ganze Bankkonto voll läuft und ich davon nichts habe unser Geld zu verschwinden. Geld heißt bessere Waffen. Deshalb kann ich noch nichts abheben. Ja. Da gibt es ein Upgrade. Gedankengutrolle. Genau. Ja. Ist wieder 800 Meter entfernt. Hack away. Hack away. Hack away. Hack away. Ähm. Hm. Hm. Halt. So. Ich war gespannt. Da muss man hin. Da kommen wir raus. Da kommen wir einmal runter. Und da kommen wir einmal runter. Halt. Da kommen wir einmal runter. Den brauchen wir einmal. Und. Neh. Unsicher. So. 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 Ja ganz ruhig. Nicht tringeln. So. Einfach. Einfach. Nein. Schulnetzschule brauchen wir nicht. Komm. Weiter. Gib mir das nächste Ziel. Und wenn du mir kein Ziel gibst. Hol ich mir eine Datensammlung in der Zeit. Oh. Oh. Da war noch einer. Rimjob. Brauchen wir in der Simulation oft viel zu selten. Früher war das ganz cool. Naja. Seitdem wir fliegen und springen und alles machen können ist das alles ein bisschen. Naja. Achso. Die Kontrolle wollte ich ja mal machen. Okay. Die sehen komisch aus. Wow. Das war jetzt grad schon wieder. Voll ungewollt. Oh. Okay. Moment. Jetzt komme ich da nicht mehr um die Ecke. Na gut. Halt. Halt. Einmal zu viel. Okay. Ich komme da so nicht um die Ecke. Davon haben wir noch eins. So. Und jetzt habe ich davon eins zu wenig. Okay. Okay. Wie gesagt wir haben dafür eins zu wenig. Ich lasse es wenn ich den da hinsetzt. Das so mache und dann haben wir vielleicht genug um da um die Ecke zu basteln. Genau. Perfekt. Jetzt sind meine ganzen Jungs hier weg. Schade. Ich wollte euch doch mal sehen. Halt. Stopp! 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 Da ist doch noch ein Audiolog. Ich bin nicht der erste Akteur in der Politik, aber ich bin einer der besseren Akte. Theater, Film, Television, Animation, Commercials. Ich habe sogar Video-Games gemacht. Obwohl Video-Games sind nicht genau für ihre Storytelling. Aber ich habe immer noch die Akte. Nachdem ich den Anruf von den Saints wurde, ich war bereit. Ich bin nicht der erste Akteur. Krass, komisch sie hier aussehen. Krass, komisch. Was ist hier eigentlich? Gehörts, 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 komm mal da rein? Komm mal echt rein? Oh Leute. Droh die Musik. Da kommen wir nicht rein, da kommen wir auch nicht rein. Da kommen wir auch nicht rein. Na wie im Strip-Club sieht das hier aber nicht aus? Alles total langweilig. Alles ruhig. Keiner bewegt sich. So verdient ihr auf jeden Fall kein Geldchen mehr jetzt hier, ne? So geht das nicht. Hm. Gut, okay. Geht's hinten hin? Ich will das mal zeigen, wie das hier geht. Hier, lasst mich mal da hoch. Es ist schwer da hochzukommen, wenn man so hoch springt. So. Jungs. Und jetzt dahinter direkt. Na, na, komm schon. So geht das nämlich. So verdient man Geld. Nicht durch das komische rumstehen hier. Oh lol. Fahrstuhl. Da hat er noch ne Tür. Okay, what the fuck ist hier los? Krass, komisch. Ob es jung was zu entdecken gibt. Aber irgendwie finde ich nichts. Oh. Hintereingang. Okay. Cool. Da waren wir noch irgendwo in Audiolog. Da. Guten Kief. Was hast du denn jetzt schuldig zu sagen? How did I go from award winning actor to vice president of the United States? Hell if I know. But when the head of the saints calls you up and makes you an offer. Well. It's something you can do. I liked the idea of being a statesman. Having my name in the history books. It's a hell of a dream. Plus. I'm a good machine. I'd look even better on money. Yep. Kief. Du hast recht. Vollkommen. Ganz. Ich stimme dir da. Hundertprozentig zu. Das ist noch ne Datensammlung. Die nehmen wir noch mit. Dieser Strip Club. Er lässt mich nicht mehr los. Also nicht die. Tatsache dass es ein Strip Club ist. Sondern die Tatsache dass wir da reingehen können. Oh. Halt. Falsche Kraft. Ich würde eigentlich. Hochblasten. Nein. Nicht unter das Dach springen. So. Jetzt auch mal hier. Bissin Gas hier. Halten uns ja schon wieder viel zu lange. Hier drauf an. Äh. Drauf auf. So. Nein. Geht doch. Dann hacken wir mal wieder drauf los. Ach du Jemine. So. Okay. Das geht schon mal nicht. So. Vielleicht. Einmal da hoch. Einmal da hoch. Einmal da um die Ecke. Einmal da um die Ecke. So. Wie kommen wir jetzt da um die Ecke? Hmm. Okay. Jetzt habe ich nichts brauchbares mehr. Hmm. Das ist wieder einer dieser Aufgaben. Hallo. Mäh. Mäh. Ja ja. So. Wir haben jetzt. Ach warte mal. Was ist wenn ich das. Vielleicht zumach. Das könnte natürlich sein. Nein. Hm 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 hm. So wird das auch nichts. Nichts. Ne. Jetzt mal nicht. Unter Druck stellen hier. Ne. Stehe ich nicht. Ja ja. Ja. Jetzt haben wir hier wieder 10.000 Leute um uns drum herum. Oh. Und keine Waffen in der Hand. Kann ich gerade schon sagen. Das ist jetzt. Das hat jetzt aber echt lange gedauert. Vielleicht ist es eine Sit Kugel genau. Die brauchen wir. Komm schon komm schon. Sit Kugel. Oh lol. Hat mich überfahren. So konnte ich die Kugel nicht zerstören. Ist mir auch noch nicht passiert. Muss man da übelst weit rennen. Ach. Guck schon. Da gibt es doch keinen Ausweg. Kannst du noch verlieren. Zerstört werden. Zerstört werden. Boah. Drei Stück. Oh. Vier. Darüber ist auch noch einer. Ne. Docks sind ganz schön viel. Und ich springe natürlich mal wieder vorbei. So. War jetzt gerade nicht unsere Aufgabe. Aber gezwungenermaßen durch die Sinntruppen, die uns gerade wieder ins Leder wollten. Brauchen wir eine kleine Abkühlung. Und dann macht sich der Hafen. Wunderbar. Und da gerade ein Moppet. Jetzt ist es ja windschnittig. Wow. Schön. Wow. Direkt ins Wasser. Genau. Ganz groß. Weg mit dem Dixi-Klo. Halt. Da ist noch was. Da oben auf die Spitze. So. Da stehen wieder irgendwelche Satelliten. Oh. Stopp. Das ging jetzt gerade ein bisschen schnell. Drüben sind noch welche. Ach. Ja. Komm. Die nehmen nur noch mit. Und dann. Hacken wir uns mal schnell wieder rein. Super. Aufpassen wir, dass wir vorher nicht unbedingt noch ein Sternchen abbekommen. So. Auf ein neues. Mal überlegen. Rätsel 26 ist das. Ich würde mir interessieren, ob die immer alle gleich sind. ihr seht schon wie ich das mache ich hab da keinen großen plan das ist also so zum testen ausprobieren gucken was geht ok wir haben davon bloß noch eine das heißt wir kommen da nicht oben ich so nach unten gehe fehlen mir die dinge um nach oben zu gehen so ja das geht das ist doch wenn auch schon oder ich dann stimmt um einen kleinen setzfehler und dann naja gut geschafft schnell hier die datensammlung hier we are found we're to put head there and protect the upload